Das Freistellen von einzelnen Bildmotiven war früher eine abendfüllende Angelegenheit, wenn es überhaupt funktioniert hat. Das ist mit Cutout vorbei. Mein Name ist Markus Bauer und ich zeige euch jetzt, wie ihr mit Cutout auch kompliziertere Bildmotive von einem Hintergrund rauslösen und in einen anderen Hintergrund einbauen könnt. Ihr öffnet Cutout, wie hier schon geschehen und ihr öffnet dann ein Bild, das euch gefällt. Hier zum Beispiel die Petra, die möchte ich jetzt von diesem Hintergrund herauslösen. Das ist ein unruhiger Hintergrund, also kein einfarbiger Hintergrund, deswegen verwende ich hier das Innen-Außen-Metting. Einmal draufklicken und ihr gelangt in den Metting-Dialog. Als nächstes verwenden wir das Polygon-Werkzeug für die Innenauswahl. Einmal anklicken und jetzt markiert ihr nur ganz grob euer Hauptmotiv. Ihr sagt dem Cutout jetzt quasi, das ist das Motiv, was später freigestellt werden soll. Ihr seht, ihr braucht jetzt hier nicht ganz genau die Kanten abfahren, sondern ihr markiert nur ganz grob, wo ist mein Vordergrundmotiv. Wenn sich der Kreis schließt, einmal doppelklicken und der Bereich ist markiert. Das gleiche machen wir noch mal mit der äußeren Auswahl. Jetzt markiere ich mit dem anderen Polygon-Werkzeug hier den Hintergrund. Immer klicken und fahren, klicken und fahren. Auch hier wieder ganz grob. Und am Ende verbinden sich die Linien. Der Kreis ist geschlossen. Als nächstes geht's auf Metting. Und voila, die junge Dame ist freigestellt. Und zwar, wie ihr hier mit dieser Graustufen-Ansicht sehen könnt, im wahrsten Sinn des Wortes Haarfein. Hier könnt ihr die Transparenz-Ansicht nochmal sehen. Hier das Original und hier die Graustufen-Ansicht. Wenn es euch gefällt, wovon ich ausgehe, dann bitte auf OK klicken. Und dann könnt ihr gleich im Cutout einen neuen Hintergrund auswählen. Zum Beispiel hier diese Heide-Situation. Einmal öffnen, dann wird unser Vordergrundmotiv, in dem Fall das Porträt, einfach verschoben. Das Ganze wird jetzt mit dem Mausrad noch ein bisschen rausgezoomt und fertig ist das Ganze. Wie ich finde, in nicht mal drei Minuten ein sensationelles Ergebnis. Ihr seht also, Freistellen ist ganz einfach geworden. Spätestens mit Cutout vom Franzis Verlag. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen.